Hallo und herzlich willkommen zu einem Ankündigungsvideo und zwar machen Lord Toad LP und meine Wenigkeit morgen einen Livestream um 19 Uhr auf Mr.. äh nein auf Lord Toads, ich wollte schon Mr. Toad sagen. Auf Lord Toads, äh, auch Livestream-Kanal, machen wir halt einen Livestream, ähm, ich werde nicht extra streamen, also wir machen auch kein Spiel, ich mach nur Minecraft, damit das mehr Klicks kriegt und, nein, ich zeige ihr halt das Last Days Texture Pack, weil das ein Weltuntergangs, äh, Livestream wird, einfach mal so, auf Spaß, um mal zu berichten, ob ihr noch lebt oder nicht und, ja, ähm, ja, was werden wir da eigentlich machen, Stefan? Hast du da schon einen Plan? Tausende, ähm, nee, keine Ahnung, wir werden, wir werden Dungeon Defenders plus alle DLCs verlosen, ich hab gerade nachgeguckt, Dungeon Defenders plus alle DLCs kostet normalerweise 49,99 Euro und ihr kriegt das Spiel kostenlos, also einer von euch. Ich meine, das ist ein Angebot und, äh, Mensch, da wird nicht mal ich zuschlagen und, ja, ich würde sagen, ja, wird auf jeden Fall, super, ähm, was wollte ich noch sagen, ähm, ja, also morgen um 19 Uhr, Link ist in der Beschreibung, ist halt von Twitch TV, glaube ich, ähm, war das, ja, Ja, ich wollte nur irgendwas sagen, ja, bringt, äh, nicht zu viel Erwartung mit, ähm, und, ja, wie gesagt, wir werden jetzt kein Spiel spielen oder so, wahrscheinlich nicht, glaube ich, jetzt nicht, oder vielleicht ganz spontan, ich weiß nicht. Ja, vielleicht, vielleicht kleine, kleine Online-Spielchen, aber. Ähm, und ich werde, wie gesagt, nicht streamen, das ist alles von Low Toads Perspektive, ähm, mein Internet ist einfach zu kacke dafür und, ja, irgendwas soll ich noch sagen, ähm. Überlebt es nur, nur. Ja, ja, was war'n das, ähm, ja, wir können dann halt gucken, ne, manche wollte noch irgendwas sagen geben, ähm, ja, wir spielen halt kein Minecraft, achso, ja, Low Toad hat die, äh, Kamera an, also die Webcam, äh, damit ihr halt wisst, was auf euch zukommt, könnt ihr auch gleich auf, ähm, einfach runterscrollen und dann geht das weg, äh, und dann könnt das Sound laufen lassen, das reicht auch, ja. Du bist manchmal so ein Arsch. Ach, ich find's ganz lustig, ich bin so müde, Mann, der ruft mich um 0 Uhr an, so, weil so ein kleiner Überraschung sei. Ich wollte, ich hab' nur angerufen, um zu fragen, ob er noch lebt und, und er labert mich ne halbe Stunde tot. Ja, du hast mich in Fahrt gebracht, was ist denn was? Ja, gut, ich, ich muss jetzt eben abhänden, endlich. Ich bin so fertig. Ja, ich muss morgen schon wieder so früh raus und jetzt hättest du mich hier auf. Jetzt muss ich auch noch rennen an und hochladen. Das ist doch alles scheiße. Na gut, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen, wer Bock hat und wer keinen Bock hat, der, ähm, stirbt alleine, würde ich sagen, ja. Ja, und somit, ja, fröhliche Weihnachten. Fröhliches Sterben. Einfach so. Ja gut, wir sind nicht besoffen, wir sind einfach so. Also, ich jedenfalls. Gut. Ich bin immer so. Genau. Ich auch. Fröhliches Sterben. Genau. Bis dann. 19 Uhr. Ciao. Ich bin immer so.